Musik Donnerstag, 1. Juli 2010, herzlich willkommen in der Wandsporthalle. Wir begrüßen die Schiedsrichter der heutigen Begegnung, die Herren Boris Schmidt, Oliver Krauser und Benjamin Barth. Kommissar der Begegnung ist Uli Besitz. Und hier kommt die Eisbär in Bremerhaven mit der Nummer 4, Jan Lübcke. Und die Nummer 8, Andrew Trevo, mit der 10, Big Schäte. Mit der 11, Brandon Brooks, die Solvitor Martin. Mit der 13, Louis Kepler. Die 14, Nathan Norman Richardson. Mit der 16, Teran Pfeil. Mit der 18, Mark Gruber. Mit der 34, Jeff Giggs. Die 42, Kevin Light. Und mit der 55, Brian Lucas. Wir begrüßen die Headphoneschafts, freundlich. Hier kommt das FES Splitsplat Team und Fessi. hier kommt das FES Splitsplat. Kirch Falsch. Wir begrüßen die Hörstange. Wir begrüßen die Hörstange, die Kirch Falsch. Wir begrüßen die Hörstange. Kein Laufzeit außer unserem Spiel. Wir begrüßen das Überschale. von Star Wars Setsi!